Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin der Mocky und mit mir dabei ist der... Ja, der Gamer. Hallöchen. Hallöchen, Mocky. Hast du ausgeschlafen heute früh? Boah, es geht. Im Gegensatz zu dir habe ich weniger geschlafen. Okay. Wir haben gestern etwas entdeckt. Steam hat uns ein neues Spielchen vorgeschlagen. Ein neues Free-to-Play-Game. Ich habe es ein bisschen ausprobiert gehabt und ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Spiel. Happy Wars heißt das Ganze. Ist, habe ich schon gesagt, Free-to-Play. Hast du noch nicht gesagt, nein. Habe ich noch nicht gesagt. Es ist Free-to-Play und es sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, ich kann es gar nicht überschreiben. Also es hat Züge von Dota oder League of Legends halt, dass du Sachen reinnehmen musst. Die Grafik ist unglaublich witzig. Es ist ein Massive-Multiplayer-Spiel. Also du kämpfst mit insgesamt 30 Leuten hier drauf. Also 15 gegen 15. Und es macht eine Menge Spaß, so wie ich das festgestellt habe. Wir rocken jetzt erstmal das Tutorial mit euch zusammen durch, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was hier eigentlich los ist. Dennis kennt es noch gar nicht. Der muss sich erst überzeugen. Genau. Ich muss noch komplett von dem Spiel überzeugt werden. Ich bin schon insgeheim so ein kleines bisschen ins Tutorial eingestiegen. Aber könnt ihr bei mir ja nicht sehen. Wir gucken uns das Tutorial mal an. Also dieses Spiel bietet unglaublich viel. Du kriegst, du hast ein gewisses Goldkapital am Anfang. Das seht ihr oben rechts jetzt gerade. Ich habe noch 4.500 Münzen. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert gehabt. Du sammelst dir Sachen dafür. Am Glücksrad kannst du dir neue Sachen erspielen, die du einfach dafür brauchst, um deine Krieger auszurüsten. Ich kann euch mal meinen Krieger zeigen. Es gibt drei Klassen, die unterschiedliche Aufgaben in diesem Spiel haben. Es gibt den Kämpfertyp, es gibt den Klärikertyp und es gibt den Magiertyp. Da werden wir gleich im Tutorial ein bisschen besser drauf einsteigen. Mir juckt gerade die Nase. Ich habe meinen Kriegertyp, ich werde glaube ich auch gleich mal niesen. Ich, aber hat Nase juckt. Dann kriegst du eine drauf oder es gibt Geld. Ja, es wird ja regnen. Also der Kriegertyp ist halt dazu da, der provoziert den Angriff. Dann der Kleriker, der ist zum Support da und zur Verteidigung der ganzen Anlagen. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an, was es hier genau geht. So, Einzelspieler-Tutorial-Einführung in den Krieg. Willst du vorlesen? Oder du bist schon im Spiel, oder? Ich bin schon im Spiel, ich habe schon so ein... Du hast schon so eine vage Ahnung, was es da geht. Ja, noch nicht so richtig. Aber du hast dir das Tutorial jetzt auch nicht... Also diesen Vorspann auch nicht vom Tutorial angeguckt? Äh, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe ihn wohl angeguckt, aber ich habe ihn nicht richtig gelesen. Das ist doch das Einzige, was mich so ein bisschen stutzen hat lassen bei dem Spiel. Ganz schön kalt heute. Also die Dialoge sind halt Premium. Also warum es eigentlich diesen Krieg gibt. Ja, das ist einfach ein kleiner Disput zwischen zwei Nationen. Ja, das bedeutet Krieg, Dennis. Das bedeutet Krieg, ja. Ich muss jetzt hier die feindliche Burg angreifen. Und wie wir mal wissen, Krieg ist immer gleich. Ich spiele übrigens mit Controller. Ich weiß nicht, wie es mit der Tastatur ist, aber... Aber es geht eigentlich. Also ich weiß, also Fähigkeiten-Tasten sind halt dann, äh, normales Tasten von 1 bis 9 oder sowas. Und das hast du beim Controller irgendwie schöner. So, willkommen bei Happy Wars. Wir stehen kurz davor in den Krieg gegen die Deppen aus dem Nachbarland. So gehen, sage ich jetzt mal. Das ist dein erster Krieg. Blablabla. So, wir müssen mit dem Kriegertyp anfangen. Darum geht es in dem Tutorial. Wir haben die Hauptburg. Also wir sind Team Blau. Ich glaube immer. Auch wenn du im Team Rot bist, denkst du, glaube ich, du bist im Team Blau. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. So, wir... Das mit der Kameraeinstellung, das finde ich auch richtig genial. Du kannst nämlich unglaublich weit rauszoomen. So, jetzt... Richtung Boktor und das Boktor. Öffne dich! So, Trainingspuppe mit einem normalen Eingriff-Handsatz. Genau. Jeder Charakter hat auch bis zu neuen Spezialfähigkeiten. Okay, mein erster Angriff ist zum Beispiel mit Tritt oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, wir müssen hier immer auf unser Leben natürlich achten. Und das Blaue unten drunter ist natürlich das Mana, mit dem wir die Fähigkeiten auslösen können. Beziehungsweise er wollte jetzt den Steinwurf von mir. Genau. Der Steinwurf ist natürlich jetzt noch nicht so effektiv, würde ich sagen. Aber das ergibt sich dann mit den nächsten Fähigkeiten. Die sind nämlich extrem gut. Gut, hier sollen wir jetzt verteidigen üben. Und gegen den wir verteidigt haben, sollen wir den fertig machen. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt bin ich aufgelevelt. Jetzt habe ich eine neue Fähigkeit auf A-Hinzug gekriegt. Jetzt können wir die Fähigkeit umschalten. Und der Mauszeiger nervt irgendwie. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir schon ganz gut. Ich bin gerade dabei, die Burg zu erstürmen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Oh, es gibt eine Burg? Nein, nein. Sie selbst. Sie selbst. So, ich skippe das so ein bisschen durch hier jetzt mit den Texten. Ich erkläre euch das alles so selber. Es gibt dann hier sogenannte, ja, Türme heißt das in dem Spiel. Das kennt man aus Dota oder League of Legends halt. Das sind halt einfach solche, ähm, Verteidigungs- oder so. Wie heißt denn das? Ich spiele ja sowas nicht. Sind so so. Wenn du da halt bist, kannst du halt respawnen, ne? Oder sind es halt so Verteidigungspunkte. So, bumm. Jetzt hat es mich mal geschmissen, damit wir das ausprobieren können, dass ich an dem Turm respawnen kann. Jetzt ist halt natürlich auf der Karte, ist das jetzt aktiv, wie ihr hier seht. Ich kann jetzt an Punkt 3 wieder spawnen. Genau. Und Ziel des Spiels ist halt in die Burg, wie Stennis schon so schön gesagt hat, einzudringen. Und dann müssen wir halt auch diesen, äh, Turm, der dort sich befindet, einfach zerstören. Genau. So, jetzt sind wir mal eine größere Meute. Das sind alles NPCs jetzt gerade. Ähm, die muss ich jetzt befehligen. Ähm, ihr könnt auch so kleine Sprüche loslassen, wie folgt mir und hier entlang und alles mögliche. Achso, ich hab's wieder versaut. Das hatte ich beim letzten Tutorial auch versaut gehabt, indem ich die nicht begrüßt hatte, sondern was anderes gesagt hatte. Naja. Und dann sagt er dann, das soll ein Pust rein? Ja, und jetzt ziehen wir halt einfach in unseren ersten Probekrieg. Und ich überlässe gerade meine Stimme. Ja, wir ziehen in den Probekrieg. Und da hinten kommen schon die ersten Gegner angerannt. Ich hab's bereits gemacht. Ich habe die gegnerische Burg erstürmt. Einmal gestorben. Ja, sowas. Also, wenn man da einmal in so einem Meutehaufen drin ist. Ja, na man, schwierig. Das ist schwierig, gell? Jetzt können sie erstmal wieder alles spawnen hier bei mir. Ja, die hat auch so ein bisschen was von Minions, von der Sprache. Ja, die klappern halt irgendwas. Die Minions auch. Ja, das ist ja irgendwie schon fast anerkannt, was die da sagen. Minions? Min-min-ish? Min-min-ish. Min-min-käppisch. Da hat jemand gewonnen. So, jetzt seht ihr schon die ersten... Okay, ich kann gar nicht drauf eingehen, weil ich gerade die ganze Zeit angegriffen bin. Sowohl die eigene als auch die Gegner-Burke besitzt verschiedene Verteidigungsanlagen. Also, es gibt halt das Standard-Burg-Tor, wo man erstmal hinkommen muss. Dann gibt's, wie ich hier aus der Ferne jetzt gerade seht, gibt's ein paar Geschütztürme, die da gebaut werden. Und wir müssen jetzt halt versuchen, erstmal in diese Burg einzubringen. Ich hab dem Gegner halt irgendwie zu viel Zeit gelassen. Das ist schon irgendwie... Also, mir gefällt das Spiel. Ich sag, die gehen nur nicht ins Tutorial, oder? Oh, tsch. Ich hab das, Leute. Mach sie nieder. Ah ja, und jetzt ist gerade der Kleriker gekommen. Das hab ich schon ein bisschen vorher weggenommen. Er hat den Rambock jetzt mitgebracht. Ich soll mal ein bisschen... Hier komm, ich mach mal ein Preis. Geht so ein bisschen das Hüpfen hier, bei dem Spiel. Ja, und das Wegrollen irgendwie, das spielt mir auch. So, jetzt haben wir eine Teamfähigkeit. Die ich jetzt nicht auswählen kann. Drecke. Ich stehe jetzt in Waffgebiet, nur noch nicht. Ah, Mann. Lass mich doch mal meine Teamfähigkeit ausprobieren. So, guck mal her. Ja, muss reichen. Kann man alles niedermetzen, weil es einen Weg ist. Genau, und das Geile ist, wenn du dann den Turm besiegt hast, sind alle Gegner an so einem Matterfall angebunden. Und du kannst sie noch mit deiner, äh... Ja, bei mir ist es B und Steine werfen. Du kannst sie dann einfach noch so ein bisschen penetrieren. So, dass sie verloren haben. Das finde ich ganz witzig. Hahaha. So, das waren so ungefähr die Grundzüge von dem Spiel. Ja, was es da geht. Also, außer Gegner wäre es raus, sich in den Weg da durchkämpfen. Und das natürlich in einem Kampfsystem von 15 gegen 15, das wird, glaube ich, ziemlich geil. So, und jetzt kommt dann so langsam die Feinheiten. Ich war schon da, ziemlich geflasht von dem Spiel. Und dann kam auf einmal, ähm, noch der Kleriker und der Magier jetzt hinzu. Also, der Magier, das ist so ungefähr... Bei uns fährt es sehr viel Blaulicht. Der kann auch einiges. Der kann auch einiges sein. So, das ist jetzt eine andere Map. Ich glaube, es gibt auch ungefähr 12 Maps oder so. Also, da haben sie sich auch nicht lumpen lassen. So, jetzt erstmal, äh, der Magier hat ja nicht nur den, ups, den normalen Angriff, so wie der Krieger, sondern gibt es auch die Spezialfähigkeiten, die halt Manna kosten. Und, äh, diese Geschosse sind auch nicht ganz so doof, wenn man die abfeuert, sondern die, äh, die suchen sich auch ein bisschen das Ziel. Also, wenn man so ein paar Grad daneben schießt oder so, dann, dann macht das denen nix. So, drei Gegner aus dem Lernickel. So, zwei Verteil, so, dann gibt es halt diese Spezialfähigkeiten, also Feuer, Wasser und, äh, Erde ist es, glaube ich. Oder, welche Elemente besitzt das Ding? Ähm, der Magier. Der Magier, ja. Äh, ich vermute auch die vier Elemente. Also, ich hab jetzt gerade Wind und so lustige Sachen gelernt. Wind, äh, ich glaube Erde, Eis oder Wind. Ich finde allein schon den Blitz ziemlich geil. Ja. Das ist so das erste Besondere, was du da freischaltest. So, die Windverzauberung, die wählt man dann auf sich selber aus. Ja, so ein bisschen, das muss man erstmal auch checken. Ähm, man kann auch seine ganzen Zauber, diese Buff-Zauber, die auf A liegen, kann man dann auch auf, ähm, seine Mitspieler legen. So, als Support-Unterstützung. So, mit runter angreifen. Genau, und wenn die Waffe verzaubert ist, dann macht sie jetzt keine, äh, Feuergeschosse mehr, sondern jetzt Windgeschosse. Gibt's da noch was? Genau, jetzt zeigt er uns das, ähm, Verzaubern auf Verbündete. So, soll ich die Windverzauberung auf den anderen auswählen? Das seht ihr dann mit dem blauen Pfeil, damit der Stückname größer wird. Weil, mit dem kommen wir jetzt. Jetzt zeigt er uns, glaub ich, die Spezialfähigkeit mit dem, ja, der magische Superschuss. Dann muss man dann rechte, äh, also bei mir ist es der rechte Trigger und, ah, gleichzeitig macht er dann das normale nur in groß. Verbraucht aber ungefähr die Hälfte der Mana-Punkte und das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Schau, die haben wir auch erledigt. Genau, und jetzt seht ihr unten schon, dass es bei A auch noch, äh, Feuer gibt, auch sowas. Ja, konnte ich jetzt natürlich nicht mehr auswählen. War schon im Ladebildschirm. Und da gibt es noch, äh, den Punkt mit der Belagerung, das übernimmt dann der Kleriker. Da bist du jetzt auch schon, Dennis, oder? Ich bin schon der Kleriker, jawohl. Den finde ich bisher eigentlich ziemlich cool. Noch verwüht mich so ein kleines bisschen die Steuerung. Das Heilen. Aber ansonsten... Gefällt mir der Kleriker eigentlich sehr gut. Naja, die, die Sache mit dem Heilen ist doch eigentlich genauso... wie, wie beim, äh, Magier das, äh, den Buff drauflegen auf die Waffe bei des anderen Mitspielers. So, jetzt sollen wir hier nach oben. Der Kleriker ist nicht nur fürs Heilen zuständig, der, äh, dient auch, äh, für die Verteidigungsanlagen. So, so können wir jetzt zum Beispiel hier... Jetzt wird das hier als Katapult, ich würde es eher als Basilisten oder sowas bezeichnen. Ähm, B-Taste natürlich. So, und dann kannst du hier, wie bei den Firmen... Wird hier was aufgebaut. Genau, und dann steht halt hier so ein... so ein Geschoss rum. Und ich dachte erst, ähm, als ich das dann, ähm, Testspiel dann auch gespielt hatte, ähm, das ist das Einzige, was man hier hinsetzen kann. Nein, da gibt's noch viel mehr. Da kann's... Bis zum Maschinengewehr geht das hoch. Also, das sind schon... Also, es gibt da Variationen. Zumindest, was man da hinbauen kann. Und das schießt auch nicht autonom, sondern da muss sich halt wirklich jemanden bereit erklären, sich da reinzusetzen. Sich da reinzusetzen, genau. Ups, ich krieg' grad die Taste nicht da. Ne. Ja, und das schießt halt jetzt noch relativ human, ja, und dann, wenn du das Maschinengewehr hast, und da unten dann alles vollwuselt, äh, weißt du ungefähr, was los. Ja. Ja, da muss auch nachgeladen werden, das ist auch ziemlich cool. Oh ja, bis jetzt hat's echt was zu spielen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaub, ich muss wieder runter. Genau, und der Kleriker ist auch sowas wie, äh, der Reisebus, ja, der sammelt sich dann einfach mal da ein. Und der kann dann einfach auch mal zu den anderen Türmen, die wir eingenommen haben, hinspawnen. Das kuschelst du, da? Jetzt können wir uns hier, werden die anderen uns beschießen, ne? Das müsst ihr euch alles dann immer innerhalb des Kampfes vorstellen. Werden hier dann Leitern an die Mauern gelegt. Wo du die Böck denn stürmen kannst, dann musst du ja natürlich dich aber erstmal hier durchkämpfen. Ne? Ich bin ein erstklassiger Soldat. So, jetzt sind wir endlich in die Burg eingedrungen. Das Ganze gibt's jetzt aber auch noch natürlich. Das haben wir ja schon im ersten Teil gesehen gehabt. Also im ersten Tutorial, dass man sich halt einen Rambock hier hinsetzt. Also übernimmt halt den Part, übernimmt halt auch der Kleriker. Alle können helfen, dann das Ding aufzubauen. Genau, und dann setzt sich halt irgend so ein Dab rein und fährt dann die ganze Zeit gegen das Tor. Und ich glaube, es gibt auch nicht... Ah ja, doch. Ich hab noch nie geguckt, ob es irgendwie einen Hintereingang gibt. Also es gibt noch mehrere Angriffspunkte. An den Seiten sind zum Beispiel auch noch zwei Leiterpunkte, wo du ansetzen kannst. Kannst du mal bitte das Tor einrammen? Genau, der Turm ist zerstört und er hat das übliche Spiel halt. Den Hauptturm kaputt machen und dann was ist. Was wir, glaube ich, auf jeden Fall mal zeigen müssten, ist die Charakteranpassung. Ja, das kann man ganz gerne machen. Da-da-da! Mission-Ext. Wirklich sehr, sehr gut. Prächtig, jetzt bin ich ja erstklassiger Soldat. Und mich interessieren die ganzen anderen Buffs, weil so weit habe ich noch gar nicht gespielt. Und die anderen Maps vor allem, weil da muss es ja noch Gemeinheiten geben. Gut, wenn du sagst, wir sollen noch die Charakteranpassung zeigen, dann machen wir das noch. Wo war denn das? Achso, Kleidung und Power-Ups. Ja, ihr verdient euch halt mittlerweile Gegenstände dann dazu nach jeder Mission. Irgendwas nehmt ihr dann jedes Mal mit oder bekommt ihr dann nach einem Spiel. Es gibt relativ wenig Erfahrungspunkte, habe ich festgestellt. Also ich habe ein Solo-Bot-Spiel gemacht, dann hatte ich dann nur 23 Erfahrungen. Das hat noch nicht mal den Charakter großartig aufgelevelt. Also wenn ihr mit uns immer Brawlhalla geguckt habt, dann gibt es da ja auch zwei Auflevelmöglichkeiten. Einmal, wo du deinen Charakter selber, also den speziellen Charakter auflevelst und dein Gesamtlevel machst. Dieses Gesamtlevel geht relativ fix hoch, das weiß ich aber noch nicht, was das bringt. Aber dass der einzelne Charakter dann mit der Zeit aufsteigt, das dauert ziemlich lange. Genauso wie bei Brawlhalla, dauert es ja auch ewig. So, Figurenanpassung. Ich nehme jetzt mal den Kriegertyp, weil da habe ich die meisten Gegenstände bis jetzt. Ihr könnt euch jeweils drei Figuren zu jeder Klasse anlegen. Ja, Stimme, Haare, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich gehe mal auf die Klasse der Anpassung. Ne, warte mal, was war denn das? Die Kleidung, genau. Krieger 1. Es gibt sowohl einen Krieger als auch, dass ihr euch irgendwie Tickets brauchen, die hier. Da könnt ihr euch noch andere Klassen freischalten. Also es gibt ja aktuell noch den Berserker. Beim Kleriker gibt es dann, weiß ich, den normalen Kleriker oder dann spezialisiert auf Ingenieur. Und sowas. Also die haben dann noch andere Fähigkeiten, denke ich mal. Oder was meinst du, Dennis? Ich denke, entweder andere Fähigkeiten oder verstärkte Fähigkeiten. Ja, also der Krieger kann halt, wie es hier schon steht, der kann dann zwei Einhandwaffen kann er dann verwenden. Das finde ich auch cool. Ich denke mal, es wird dann noch mehr geben. Irgendwann. Also das Spiel ist ja noch, ich glaube, wieder mal in der Entwicklung. Ja, man kann hier halt die Gegenstände auch aufwerten. Ja, die Gegenstände kannst du auch aufwerten, genau. Sehr interessant, sehr interessant. Also das Spiel hat Potenzial. Genau, was halt, was ich auch sehr wichtig finde, ist, du kannst einen Gegenstand nur auf eine Person festlegen. Das finde ich ziemlich gut bei sowas. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, na gut, da hast du halt eine Axt und dann gibst du halt allen drei Charakteren, die du halt beim Krieger hast, gibst du die Axt. Nein, du kannst diese Axt nur auf den einen vergeben. Ja, das ist ja ziemlich geil. Und ich habe mir halt hier so eine, ich weiß aber noch nicht, wie OP sowas ist, wenn du dann ziemlich frisch bist und der eine hat dann so eine Mega-Axt. Also ich habe mir hier, ich habe am Glücksrad gedreht gehabt, die normalen Waffen haben halt so einen Schaden von 150. Ja, dann hatte ich so einen Stock gekriegt gehabt, der hat 181 gehabt. Dann habe ich am Glücksrad gedreht und dann hatte ich dann eine, ich weiß gar nicht, die Axt der Altfordernden, heißt das Dreckding. Und das hat halt eine Angriffskraft von 401. Und ich weiß nicht, wie stark das sich auf das Spiel auswirkt. Also dann haust du einmal rein und dann sind die ganzen Gegnerspieler, die ja auch gerade erst angefangen haben, sind dann halt einmal Matsch, wenn sie sich mit dir angelegt haben. Ich weiß nicht, wie OP sowas sein kann. Im Moment weiß ich auch noch gar nicht, wie man an Gegenstände kommt und sowas, ne? Ja, also wie gesagt, innerhalb, wenn du was gespielt hast, dann kriegst du den Gegenstand und wenn du deine Münzen halt am Glücksrad verwettest, das könnte man jetzt auch noch gleich zeigen. Genau, und dann jetzt hast du halt so einen Helm, der halt Verteidigung bringt. Die sind jetzt nicht so stark, aber ich finde halt... Ah, guck mal, das habe ich noch gar nicht gewusst. Es gibt ein Gewichtslimit, was derjenige tragen kann. Der Krieger hat ein Gewichtslimit von 15. Ja, und ich bin jetzt mittlerweile bei 12 von 15. Also ich könnte ihm jetzt nicht noch irgendwie eine heftige Rüstung oder sowas geben. Großartig. Ja, das wirkt sich dann auch wieder aus. Das finde ich aber gut. Genau, und was ich sehe, könnt ihr die Figur nicht nur von der Stimme, halt auch Haare, Augen, Mund und Haut könnt ihr anpassen. Das habt ihr auch gesehen, aber ihr könnt euch da auch neue Sachen freischalten. Ich kann es ja nochmal ins Detail zeigen. Natürlich bei der Stimme nicht. Also es gibt ein paar freigeschaltete Haartypen oder auch, die könnt ihr euch dann... Ja, über einen Steam Store muss man sie sich kaufen. Ist okay. Aber da wir eh in den Helm tragen, finde ich Haare und Gesicht eh obsolet. Also man sieht es ja eh nicht. Du Kleriker siehst das. Du Kleriker siehst du? Der hat aber auch ein Babyface. Oh, mein Kleriker nicht. Mein Kleriker ist... Also es gibt hier noch sau viele Sachen. So, wir zeigen noch schnell das Glücksrad, wir sind aber schon weit drüber. Ist eine halbe Stunde, machen wir jetzt hier Tutorial schon. Ja, es klappt. Ja. So, der Happy Spinner. Ihr könnt euch festlegen, was er gerne haben möchtet. Also es ist ein bisschen teuer, muss man sagen. Ich sage jetzt mal, ich hätte gerne Rüstung. Dazu müsste der Fall jetzt auf den violetten Punkt kommen. Wir können aber einfach den Wettpreis erhöhen. Und damit werden dann mehr Bereiche des Glücksrades dann eingefärbt. Ich gebe jetzt einfach dreimal Geld rein, also 900. Und dann kriege ich dann vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Boah, ganz knapp. Ich dachte jetzt echt, wofürer Effekt, jetzt kommt es auf eine Farbe, die... wo ich jetzt nichts gewonnen hätte. So, jetzt haben wir eine Robe für den Magier, glaube ich, erhalten, an dem Zuckerhütchen. Da neben der robusten Zauberrobe erkennen wir das. Und einen freien Platz. Was immer der freie Platz bewirken mag. Also, als Fazit würde ich sagen, dieses Spiel hat sehr viel zu bieten. Wir machen jetzt gleich noch einen Trainingskampf in der zweiten Episode, würde ich sagen. Ja. Ja. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aus dem richtigen Gitarre an. Dennis zieht nochmal durch, damit er sich vorbereitet. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, wie ich geredet habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann richtig losgeht. Ciao, Dennis. Tschüss. Ich bin total hin und weg von dem Spiel, deswegen habe ich auch sehr wenig gesprochen. Das wird sich wohl gleich ändern. Genau. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao.